Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 19. September 2022. Nachthauben erfreuen sich seit kurzem enormer Beliebtheit. Besagte Nachthauben verkaufen sich laut Ladenbesitzer Auskunft dreimal besser als letztes Jahr. Mama, begeisterte Käuferin der ersten Stunde, erklärte. Das Design ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet. Deshalb läuft der Verkauf so unglaublich gut. Da könnte sie wirklich recht haben. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Bin ich jetzt etwa im Fernsehen? Was für eine Antwort erwartet ihr denn jetzt? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Mida, Daddy. Der 19. September war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten. What? That's pretty apparent, Mom and Dad. Never mind.